Dankeschön, Simon. Dann herzlich willkommen von meiner Seite zur dritten Themenwoche unseres MOOCamps 2020. Die Aufzeichnung läuft, wie gesagt, in der dritten Themenwoche, in der vierten Woche eigentlich, wenn wir die Einführung mal dazunehmen. Wir hatten ZF, wir hatten Porsche und wir haben jetzt die Kollegen von FISMAN. Ich sehe sie auch schon. Das Thema ist Lost in Space oder was finde ich oder wo finde ich den richtigen Lernraum? Wir hatten heute Morgen auch schon so einen kleinen Teaser, wo wir gebeten worden sind. Drei Adjektive war es, glaube ich, zum letzten Handwerkerbesuch in Telegram oder Twitter. Ich habe mal Twitter genutzt, reinzurufen. Der Steffen Peter wird uns bestimmt gleich noch sagen, wie er das aufgelöst hat oder wohin das führt. Vielleicht noch vorneweg so einen kleinen Hinweis. Ich rufe jetzt die Seite nicht nochmal extra auf von CoLearn, aber wer vielleicht schon lange nicht mehr drauf war oder zufällig jetzt hier zum ersten Mal ist, obwohl wir sind in der vierten Woche, rechts oben gibt es so eine kleine Box mit Quicklinks. Dort findet ihr auch die Absprungmarken zu den verschiedenen Gruppen, zu Telegram zum Beispiel. Auch hier nochmal, dass wir hier in dem Chat halt, glaube ich, immer noch so eine eingeschränkte Nutzerzahl von 100 haben und wir deswegen auch parallel den Chat auf Telegram nutzen. Also behaltet den bitte im Blick, wenn ihr es könnt. Vielleicht einen zweiten Bildschirm öffnen. Wir schauen da jedenfalls rein. Und ich versuche so ein bisschen das, was in den beiden Kanälen, also hier auf der einen Seite in Teams und auf der anderen Seite in Telegram hochpappt, so ein bisschen auch den beiden Referenten hier zuzuspielen beziehungsweise da immer wieder mal Dinge rüber zu tragen. Das ist noch der Hinweis. Wenn getwittert wird, wir da eine kurze Erinnerung an unseren Hashtag. Hashtag Moocamp20. Dann können wir das auch in dem entsprechenden Kanal verfolgen und können auch den Kreis zu weiteren Hinweisen, Blogposts oder Informationen schließen. Telegram, Twitter. Wir zeichnen auf. Die Aufzeichnungen stehen wie immer im Nachhinein zur Verfügung. Das Video auf YouTube. Ohne Bild als Podcast über Co-Learn. Ich glaube, das sind so die wichtigen Regieanweisungen, die es für jede Woche braucht. Aber eigentlich auch nichts Neues. Wie gesagt, dritte, vierte Woche. Von daher bin ich fast versucht, das Wort an Stefan Hoffmann oder Stefan Peter zu übergeben. Je nachdem, wer von euch den Stab aufnehmen möchte. Ja, hallo. Stefan, bist du das? Okay, Stefan. Das bin ich, Stefan Hoffmann. Herzlich willkommen von FISMAN. Wir sind Stefan Hoffmann und wir haben es nach einigen Wochen mal wieder in die Firma geschafft. Und wie man sieht, auch bei uns waren sieben Wochen die Friseure geschlossen. Deswegen gehe ich jetzt relativ schnell ins Screensharing. Vielleicht zu der Woche. Wir werden immer noch etwas an der Webseite arbeiten, weil in die Vorbereitung dieses Camps ist uns das Ende der Kurzarbeit gerutscht. Da hatten wir so kurzfristig noch nicht mit gerechnet. Und damit sind uns fünf Nachmittage die Woche weggefallen. Das hat aber nicht dazu geführt, dass jetzt die Qualität des Ganzen leiden wird. Wir werden das Ganze im Blog verfolgen. Wir sind in Twitter. Telegram werden wir diesmal anfangen. Und wir haben noch ein Tool namens Slido, was wir jetzt eingeführt haben, was wir jetzt auch noch kurz im MOOC einführen werden. Und ich werde jetzt einfach mal meinen Screen teilen. Ich hatte es ja schon angekündigt. Es gibt ein Tool namens Slido. Das kann man sehr gut mit Desktops und Mobil-Devices bedienen. Und ich würde vorschlagen, wenn ihr Fragen habt zum Text, stellt sie doch auch mal auf Slido, weil die anderen Zuhörer können dann die Fragen abvoten. Und wir kriegen dann tatsächlich so eine demokratische Abstimmung über die Fragen, die wir im Rest dieser ganzen Sache beantworten wollen. Wenn ihr www.slee.do eingegeben habt, ist der Code einfach MOOCAMP. Völlig egal, ob groß oder klein oder groß und klein geschrieben. Wer mir gerade zuhört, ich bin Stefan Hoffmann, Ingenieur, Leiter der FISMAN Akademie. Und so eine Art technisches Gewissen der Akademie. Mein Name ist Steffen Peter. Ich bin von Hause aus Diplompädagoge und habe mit Heiztechnik am Anfang überhaupt nichts zu tun gehabt. Bin aber mittlerweile durch meine Trainer relativ fit in dem Bereich geworden. Kurz zu FISMAN wirklich ganz kurz. FISMAN ist ein Familienunternehmen in vierter Generation in Familienhand. Mit weltweit über 12.000 Familienmitgliedern, davon 11.400 in Westeuropa und der Rest verteilt über Nordamerika, Asien und den Mittleren Osten. Unsere sogenannte globale Familie arbeitet in 120 Vertriebsniederlassungen weltweit, in 74 Ländern. Wir erwirtschaften 56 Prozent Exportanteil. Und vielleicht, um ein kleines Gefühl zu geben über die Dynamik im Unternehmen, wir sind seit 2008 um 55 Prozent gewachsen. Das heißt, wir haben Absatz und Umsatz mehr als verdoppelt. Und alle diese Familienmitglieder haben einen gemeinsamen Purpose, einen Sinn der Existenz des Unternehmens, nämlich wir erschaffen Lebensräume für diese und zukünftige Generation. Und das tun wir im Bereich Heizung, Klima, Lüftung, Energie und ja auch angrenzende Bereiche aus der Gebäudetechnik. Kommen wir zur FISMAN Akademie. Die FISMAN Akademie bedient im Prinzip drei Zielgruppen. Einerseits die Mitarbeiter, das ist bei Firmenakademien so üblich, aber auch die Marktpartner und in ganz kleinem Maße für Werksführungen auch unsere Endverwender. Wir haben an Schulungsorten alle 120 Niederlassungen weltweit, 15 Werke weltweit, zwei Infocenter und unseren globalen digitalen Lernraum. Wir haben in der Akademie festangestellt 30 Master Trainer, die für das weltweite Content Management verantwortlich sind und die Trainerunterlagen ajour halten. Und allein in Deutschland nochmal 100 Fachtrainer im Vertrieb und nochmal knapp 100 Fachtrainer international im Vertrieb. Die Fachtrainer aus dem Vertrieb schulen nur in Teilzeit, das sind hauptamtliche Vertriebsmitarbeiter. Was vielleicht anders ist als bei vielen anderen Firmen, wir arbeiten im zweistufigen Vertrieb, das heißt wir verkaufen an unsere Marktpartner, das sind Handwerker oder Elektriker und die verkaufen es an den Endverwender. Deswegen zweistufig, ist also ein Business-to-Business-to-Customer-Modell. Unsere Zielgruppen Mitarbeiter, die Marktpartner und die Endkunden, wobei sich die Akademie hauptsächlich bis auf einige Ausnahmen auf die Mitarbeiter und die Marktpartner konzentriert, dass Marketing von den Endverwendern ausgehend auch die Partner im Blick hat und wenn es um das Employer-Branding geht, auch etwas die Mitarbeiter. Wir sind beides Abteilungen, die im Sales angesiedelt sind und haben damit eine gemeinsame Zielrichtung, was die Absatz- und Markentreuerförderung angeht. Und wenn man sich mal den Split anschaut, Anwender haben wir im Jahr nur wenige im Haus, nur für die Werksführungen, aber wir haben einen Split von knapp ein Drittel FISMAN-Mitarbeiter und gut zwei Drittel Marktpartner. Das heißt, unsere Tätigkeit richtet sich schwerpunktmäßig an die Marktpartner. Ja, die Umfeldbedingungen, da gebe ich jetzt mal rüber an Steffen. Genau, einfach nur, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wo wir denn gerade arbeiten oder welche Schlagworte in unserer Branche zunehmend wichtig sind. Das ist auf der einen Seite ganz klar das ganze Thema Energiewende. Ich glaube, da brauche ich gar nicht groß was zu sagen. Das ist in aller Munde, aber trifft uns natürlich als ein Hersteller der Heiz- und Klimatechnik auch ganz besonders. Dann haben wir das ganze Thema der Digitalisierung. Ja, auch im Prinzip nichts Neues, aber so ein, ich sage mal, eher angestaubtes Business in irgendeiner Form zu digitalisieren, zu modernisieren, ist natürlich auch ein Riesenschritt, den wir da quasi vor uns hatten. Und ja, mit anderen Geschäftsmodellen irgendwie umzugehen in der Heiztechnik, das ganze Thema Plattformökonomie ist natürlich auch etwas, was uns ganz, ganz stark beeinflusst. Tja, was heißt es eigentlich? VUCA, brauche ich jetzt auch nicht groß nochmal was zu sagen. Allerdings fehlen uns natürlich auch ganz stark die, ja, ich sage mal, die langlebigen Verbindlichkeiten, wo wir eigentlich sagen würden, hey, in zwei Jahren stehen wir da und da, in fünf Jahren stehen wir da und da, sondern wir müssen schnell entscheiden. Wir müssen schnell im Prinzip unsere Errungenschaften immer wieder iterieren. und machen das eben halt nicht nur für unsere eigenen Mitarbeiter, sondern müssen natürlich auch unsere ganzen Kunden immer wieder im Auge behalten, die ja dann natürlich auch in irgendeinem Raum auf diese Reise mitgenommen werden müssen. Wir haben hier ein schönes Bild, wo wir eigentlich immer gesagt haben, so, das ist so das, was wir erreichen wollen. Wayne Gretzky, einer der erfolgreichsten Eishockey-Spieler, der hatte eine unglaublich gute Antizipationsgabe. Der war nie da, wo der Puck tatsächlich war, sondern der stand immer da, wo der Puck irgendwann hingekommen ist und dann musste er eigentlich nur noch ins Tor drücken. Und das ist so für uns eine schöne Parabel, um zu sagen, das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Wir brauchen jemanden, der sehr interessiert ist für seine eigene Kompetenzentwicklung. Wir brauchen jemanden, der sich seine eigenen Lernziele setzt und seine eigene Lernreise gestalten kann und dabei im Prinzip eine Vielzahl unterschiedlicher Informationsquellen nutzt, damit ich am Ende nur noch da stehe, wo tatsächlich irgendwann der Puck oder die Aufgabe hinkommt und ich eigentlich nur noch das Tor schießen muss. Das ist so eine schöne Metapher, mit der wir immer wieder versucht haben, unsere eigenen Prozesse zu visualisieren oder zu erklären. Auch hier, das ist dann das, was jemand eigentlich als Lerner auf der Pfanne haben sollte. Also, der soll sich in diesem modernen Umfeld unterschiedlicher Tools, unterschiedlicher Prozesse, unterschiedlicher Denkweisen gut auskennen, soll Dinge nutzen wie TED-Talks, wie Vimeo, soll Tools nutzen wie Pocket, dass er im Prinzip seinen eigenen Wissens, sein Learner-Toolkit parat hat, dass er da sicher ist, dass er an Informationen kommt, dass er selbstständig lernen kann und das ist so ein bisschen die Wunschvorstellung, die wir haben. Aber wie dann die Realität aussieht, das wird quasi Dr. Hoffmann nochmal gerade sagen. Ja, wir haben ja gesehen, der Wunsch ist, dass wir Mitarbeiter haben, die diesen Toolkit selbstständig bedienen. Der autonome Wissensarbeiter haben wir diese Mitarbeiter genannt. Wir haben dann mal eine Lernerklassifizierung gemacht im Unternehmen und haben vier Lernertypen gefunden, die ich jetzt hier mal kurz vorstellen wollte. Die autonomen Wissensarbeiter, die also wirklich für formelle, informelle, Präsenz- und technologiegestaltete Schulungen zur Verfügung stellen, sind die klare Minderheit. Das sind nur ungefähr 5%. Wir haben einen stärkeren Anteil, 30% neugierige Lerner. Das sind Mitarbeiter, die sich durchaus fürs Lernen interessieren, aber doch noch einen Anstoß dazu brauchen und eher traditionelle, formelle, formale Lehrangebote nutzen wollen. Der größte Anteil, den wir bei uns im Unternehmen gefunden haben, waren die traditionellen Lerner. Für die ist Lernen immer Arbeitszeit. Der Chef hat sie auf den Kurs zu schicken, weil er will ja schließlich auch, dass sie was Neues lernen. Das Ganze hat möglichst in einem formalen Setting, in einem Classroom stattzufinden. Mittags gibt es was Leckeres zu essen und man ist wirklich einen Tag weg vom Arbeitsplatz. Diese traditionellen Lerner bemühen sich eher nicht aktiv um Weiterbildungen, sondern warten, dass sie zum Jagen getragen werden. Und die letzte Gruppe, die bezeichnen wir intern als ausgelernt, in Anführungsstrichen. Das sind die Experten vor Ort. Das sind Mitarbeiter 50, 55 plus, die als Spezialist auf ihrem Gebiet gelten. Deswegen auch oft eine weitere Weiterbildung nicht erforderlich halten, aber meist ihr Wissen gerne bereit sind, an jüngere Mitarbeiter weiterzugeben. Nur wenn man sieht, dass man mit 50 bis 55 noch 10 bis 15 Berufsjahre vor sich hat, ist das unserer Meinung nach auch ein bisschen zu viel. Die gute Nachricht dabei, 75 Prozent unserer Mitarbeiter sind entweder sehr aktive Lerner oder zumindest mal lernwillig, mehr oder weniger. Weiter. Wozu führt das denn? Das übliche Resultat ist, dass Firmenakademien einen Schwerpunkt auf Präsenzseminare legen, weil das ist einfach das, was die Lerner erwarten, dass Frontalschulung angeboten wird, die Lernhaltung eher passiv ist. Was das Tolle ist, das trifft wirklich die Lernererwartungen und wir kriegen damit sensationell gute Seminarbewertungen, sowohl in den direkt ausgeteilten Happy Sheets als auch in der drei Monate später stattfindenden Transferbefragung. Die Frage ist nur, bei dem autonomen Wissensmitarbeiter wollten wir ja die Autonomie betonen. Das heißt, die Eigenverantwortung bleibt bei diesem Ansatz komplett auf der Spur. Und deswegen haben wir seinerzeit beim CL 2025 Mukethan mitgemacht mit dem Thema Wie entstehen aus den heutigen Kursteilnehmer die selbst organisiert Lernenden von morgen? Da ging es um Neugierde, um Motivation, um Durchhaltefähigkeit und was in den Folgejahren daraus geworden ist. Da geht jetzt Steffen drauf ein. Genau. Was haben wir gemacht? Wir brauchten irgendwie ein Modell, wie wir unsere weiteren Angebote oder Prozesse einem Rahmen geben können. Und ich bin so ein Anhänger des Konstruktivismus und wir sind relativ schnell darauf gekommen, naja, eigentlich wollen wir Lernen ermöglichen. Und wir wollen im Prinzip, dass die Lernenden eigentlich eigenverantwortlich lernen und wir sie nicht irgendwie zum Jagen tragen müssen, sondern dass wir anhand von Sinnzuschreibungen oder von Fragestellungen, die wir immer wieder ins Gespräch bringen, sie selber dazu motivieren, sich mit Lerninhalten zu beschäftigen. Das Ganze muss in die Lebenswelt der einzelnen Teilnehmer passen, egal ob das ein Programmierer bei uns in der IT ist oder jemand, der bei uns im Vertrieb arbeitet. Das Ganze muss anschlussfähig sein an das, was er bis jetzt gelernt hat. Das Ganze darf aber durchaus auch meine, darf mich verunsichert dem, wie ich meine Welt bis jetzt gesehen habe. Und das Ganze muss natürlich über die verschiedenen Situationen herauspassen und die Sprache muss dementsprechend angepasst sein. Also das heißt, wir haben versucht, in jedem dieser Objekte oder in dieser Skalen Dinge zu verändern und so Lernen zu ermöglichen. Wie sieht das Ganze aus? In welchen Leitzenzen ist das Ganze gemündet? Wir haben gesagt, in jeder unserer Persönlichkeiten steckt Talent. Also das heißt, jeder ist dazu in der Lage und wir müssen ihn wahrscheinlich vielleicht nur ein bisschen kitzeln, an seinem Talent zu arbeiten. Wir erwarten aber auch quasi eine eigene Verantwortung. Also ein Mitarbeiter von FISMAN, der ist selbst verantwortlich für seine Entwicklung. Aber wir wollen quasi zusammen mit ihm wachsen. Und eins unserer Leitlinien in der Personalentwicklung ist bringing out the best in all of us. Und dementsprechend arbeiten wir da gemeinsam dran, dieses umzusetzen. Wie sieht das Ganze dann konkret aus? Das war eins der ersten Sachen, die wir gemacht haben, auch schon zu Zeiten des ersten MOOCs. Wir haben eine Vertrauenslernzeit und ein Vertrauenslernbudget eingeführt. Das heißt, wir haben den Mitarbeitern ein bisschen Geld zur Verfügung gestellt und entsprechende Zeitressourcen, dass sie quasi tatsächlich auch das lernen können, was wir nicht anbieten oder von dem wir vielleicht gar nicht wissen, dass es das auf dem Markt gerade gibt. Also das heißt, hat ein Mitarbeiter gerade ein konkretes Problem, das er lösen will, hat er sowohl ein bisschen Budget als auch Zeitressourcen dafür, sich mit diesem Lerngegenstand beschäftigen zu können während seiner Arbeitszeit. Gleichzeitig haben wir gesagt, so von wegen, okay, unsere Präsenzschulungen und physischen Lernräume müssen wir soweit ausbauen, weil die Anforderung ja weiterhin da ist, dass sie auf der einen Seite als Präsenzschulungen anmuten, aber auf der anderen Seite auch den Raum geben für, ich sag mal, Kreativität, für mehr Interaktivität, für mehr Gruppenarbeiten. Und einfach nur, damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt, wie wir denn, was wir denn für Zahlen haben, haben wir ungefähr 30.000 Besucher im Infocenter in Allendorf, also Schulungsteilnehmer in unserem Infocenter in Allendorf. Wir haben dazu noch mal 15.000 weitere Schulungsteilnehmer in unseren Verkaufsniederlassungen in Deutschland. Und dazu kommen noch mal 45.000 Teilnehmer in Präsenzschulungen weltweit. Also das heißt, wieder da auch die Verteilung, 30 Prozent bei Mitarbeiterschulungen, 70 Prozent bei unseren Marktpartnerschulungen. Aber all die finden in tatsächlich physischen Lernräumen statt, die mehr oder minder das sind, was man so kennt. Also sowas haben wir natürlich. Das ist der Klassiker. Traditionelle Lernräume, da gibt es einen Referenten, der ganz normal seine Technologien nutzt, die er kennt. Wenn ich Technologie sage, gehört dazu für mich auch eine Flipchart oder eine Pinnwand. Mittlerweile auch überall Whitewalls. Der muss mit Beamern und Bildschirmen natürlich sauber arbeiten können. Das ist jetzt nichts irgendwie sehr, sehr Innovatives. Aber das hat natürlich auch ein Stück weit Zeit gekostet, jeden Trainer davon zu überzeugen, viele unterschiedliche Methoden anzuwenden, damit ein Lernerfolg funktionieren kann. Bei uns ganz stark sind die Praxisschulungsräume. Wir haben es mit vielen Handwerkern zu tun. Die wollen mit ihren Händen werken. Deswegen heißen die so. Und dementsprechend brauchen die Geräte zum Anfassen. Die brauchen Heizungsanlagen zum Anfassen. Und das heißt, in allen unseren Schulungsstätten sind Geräte heiß installiert. Da kann man schrauben. Da riecht es ein bisschen nach Öl. Da gehe ich vielleicht auch mit fettigen Fingern nach Hause. Aber das ist genau das, was erlebbar macht. Natürlich haben wir auch sowas. Also unsere Konferenzen, klar, gehören dazu. Wir haben Möglichkeiten, bis zu 700 Personen in einem Raum unterzubringen. Das Ganze ist mit einer modernen Video- und Soundanlage ausgestattet. Wir haben überall oder in den großen Räumen haben wir sogenannte Chromeboxen, können damit dann natürlich auch das Ganze interaktive spielen. Das Ganze kann gestreamt werden. Das heißt, wir haben hier wirklich eine Infrastruktur, wo wir große Massen an Menschen mit Informationen oder mit Lerninhalten versorgen können. Eine schöne Sache, da wird es noch mal größer. Wir haben einen Flugzeughangar. Und dieser Flugzeughangar ist so aufgebaut, dass ich auf der einen Seite, wie man das jetzt hier in dem Bild hat, eine Fläche habe, wo ich in Präsenz beziehungsweise eine Vortragsstilinhalte bereitstellen kann. Aber so ein Hangar hat auch unglaublich viel Platz. Das heißt, ich habe zwölf kleine abgetrennte Flächen, wo ich in kleinen Gruppen interaktiv arbeiten kann und durch den Platz natürlich auch alles an Gerätschaften da reinschaffen kann, was ich denn dann brauche. Von klassischen Design-Thinking-Workshops, von irgendwelchen, ich sage mal, Lego-Bastel-Geschichten. Also hier habe ich tatsächlich ein großes Umfeld, wo ich mit vielen Leuten in einen großen Raum gehen kann und eigentlich nahezu alles umsetzen kann, was ich in der Lernbranche gerade nutze. Ganz oldschool, zumindest so, wie das in dem Bild da anmutet, aber nicht minder interessant ist unser Seminartourm. Hier finden eine Großzahl an Leadership-Development-Seminaren statt, weil die Umgebung einfach, also es ist von der Firmenzentrale fünf Kilometer weg. Das reicht aber, um einen freien Kopf zu kriegen. Ich bin in einer Umgebung, die zum Denken anregt, die ein bisschen in der Natur ist und dementsprechend, wie dafür gemalt ist, auch mal Themen zu bedenken, die halt nicht innerhalb der Firma irgendwie sofort auf dem Tablett liegen. Hier finden zum Beispiel auch unsere sogenannten V-Days statt. Da werden wir im Laufe der Woche nochmal ein bisschen drüber erzählen. Das ist im Prinzip eine Veranstaltung, wo wir die FISMAN-Werte erlebbar machen und so einen Beitrag leisten, wie man einfach unsere Werte tatsächlich im Arbeitsalltag umsetzen kann und wie sich das anfühlt. Das ist ein ganz spannendes Konzept. Da verweise ich einfach auf die Woche. Dazu kommen dann noch die klassischen Online-Formate. Hier seht ihr auch, die Teilnehmerzahlen sind da durchaus höher. Wir kriegen über die wissensbasierten YouTube-Formate roundabout 330.000 Teilnehmer erreicht. Wir haben in den geschlossenen Formaten zum Beispiel in Facebook, wo dann sich tatsächlich nur Installateure austauschen, 25.000 Teilnehmer. Wir haben jetzt in der Corona-Krise das Webinar-Thema natürlich unglaublich pushen können. Werden da irgendwo bei, ich sage mal, 30.000 bis 50.000 Teilnehmer rauskommen. Das ist ein Forecast natürlich für dieses Jahr. Und wir haben natürlich auch die klassischen E-Learning-Formate, die bei uns genutzt werden, sowohl von Mitarbeitern als auch von unseren Installateuren. Steffen, wenn du gerade kurz Luft holst. In den Chats haben wir so ein paar Fragen angesammelt. Sollen wir die sammeln und dann im Anschluss? Oder wollt ihr vielleicht mal so einen Break oder eine Pause machen und mal kurz die Fragen mitnehmen? Ja, gerne jetzt. Gerne jetzt? Ja, ich gucke gerade mal. Vielleicht habt ihr sie auch gesehen. Eine Frage. Ich nehme einfach mal eine aus dem Telegram-Chat heraus. Kreist um die Frage der Verantwortung, Vertrauensbudget, Vertrauenslernzeit. Also sind es wirklich die Mitarbeiter selbst, die das steuern? Oder haben die Führungskräfte noch irgendetwas damit zu tun? Ja, das Ganze heißt Vertrauenslernzeit und Vertrauenslernbudget. Das Vertrauenslernbudget sind 200 Euro, die der Mitarbeiter selbstständig für Weiterbildungsmaßnahmen ausgeben kann. Sei es Sprachtraining, sei es irgendeine Fortbildung im technischen Bereich, sei es irgendetwas, wo er denkt, es hilft ihm im Beruf weiter. Das Einzige, was er machen muss, er muss einen Abschluss mitbringen. Also er muss entweder, wenn er einen Sprachkurs gemacht hat, in der App das Abschlusszertifikat mitbringen, dass er teilgenommen hat. Er muss bei der Volkshochschule die Quittung vorbeibringen, reicht die in der Buchhaltung ein, kriegt das Geld mit der nächsten Lohnabrechnung überwiesen. Die zwei Stunden Vertrauenslernzeit pro Woche, das ist mehr so ein Symbol. Das war ein Signal, dass Mitarbeiter am Arbeitsplatz auch lernen dürfen. Passt auch zu einer Frage, die ich hier auf Slido bekommen habe. Wo sind bei euch die Frauen? Die tauchen nirgends auf. Ja, auch bei uns tauchen die Frauen erst in den letzten zehn Jahren auf. Also ich entschuldige mich noch mal für unsere Arbeitersprachen. Wenn wir von Lernern oder Mitarbeitern reden, meinen wir immer beiderlei Geschlecht. Das dritte und das ist nicht böse gemeint, sondern das sind einfach langjährige Prägungen aus einer sehr stark männerdominierten Branche. Unsere Marktpartner, Heizungsbauer und Elektriker, muss ich ganz klar sagen, schicken uns in unsere Kurse weniger als zehn Prozent weibliche Mitarbeiter. Die letzte Zahl war irgendwo um die sechs. Also Entschuldigung dafür. Ja, dadurch den Faden auch wieder verloren. Nee, kein Problem. Vielleicht daran anschließend, ich habe irgendwo auch die Frage gelesen, wie das mit der Vertrauenslernzeit auch genutzt wird. Gibt es da schon Erfahrungen? Der Punkt war Vertrauenslernzeit. Wir sind eine sehr traditionelle Branche gewesen. Wenn jemand ein E-Learning am Arbeitsplatz gemacht hat, dann wurde das meistens von den Kollegen schon mit schnippischen Bemerkungen kommentiert, spätestens dann vom Chef. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Die Mitarbeiter nutzen das zunehmend und wir kommen gleich noch dazu, dass wir ihnen nicht nur Zeit, sondern auch Raum dafür gegeben haben. Ich persönlich glaube nicht, dass es Mitarbeiter gibt, die auf regelmäßiger Basis zwei Stunden die Woche dafür einsetzen, außer sie haben irgendeine Lernreise gerade vor sich, weil natürlich die Arbeit trotzdem gemacht werden muss. Aber das Signal ist so, dass die Mitarbeiter sich mittlerweile wirklich trauen, in der Kantine, am Arbeitsplatz, in den Aufenthaltsbereichen auch mal ein E-Learning anzumachen und auch durchzuhalten. Und das war der eigentliche Sinn dieser Sache und das war sehr, sehr erfolgreich. Ja, jetzt sehe ich gerade hier auf Telegram 200 Euro pro Jahr, nehme ich an. 200 Euro pro Jahr und Mitarbeiter, ja. Okay, Dankeschön. Dann gab es noch eine Frage zur Erstellung der Lernetypologie. Der Steffen hat die schon so ein bisschen beantwortet, auch im Teams-Chat. Vielleicht könnt ihr noch zwei Sätze dazu sagen, wie die entstanden ist, für die, die vielleicht den anderen Chat nur im Blick haben. Ja, genau. Also wir sind damals, als so bei uns das Thema hier Design Thinking irgendwie ganz groß eingeführt worden ist, haben wir gesagt, na gut, okay. Naja, dann probieren wir das doch auch auf dem Weg dann umzusetzen. Und haben dann aber nicht den ganzen Prozess durchlaufen, sondern haben gesagt, na gut, okay, wir setzen uns mit den Mitarbeitern zusammen, interviewen die und machen im Prinzip so eine Art Persona-Entwicklung. Und haben auf der einen Seite nach den täglichen Habits gefragt. Also was machen sie denn eigentlich, wenn sie vor einer Problemstellung stehen? Wie empfinden sie denn eigentlich Lernen? Was nutzen sie denn zum Lernen? Und haben aufgrund dieser Interviews dann versucht, Cluster zu bilden. Und wir sind dann auf diese klassische Vierteilung gekommen, die dann im Prinzip auch nicht näher verifiziert worden ist, sondern die uns dann einfach nur ein Gefühl dafür gegeben hat, wie stehen denn eigentlich so unsere Lerner da und wo können wir denn ansetzen, unsere neuen Lösungen im Prinzip dran aufzubauen. So ist das damals entstanden. Okay, danke schön. Ich gucke jetzt gerade mal so ein paar Fragen, gehen sicher auch in die Woche selbst rein, wenn es um Lernräume, Lern- und Zielgruppen geht. Und die Silke fragt noch, wie evaluiert ihr insbesondere E-Learning, Webinare und so weiter? Genau. Wir sind als Lerndienstleister nach DIN ISO 29990 zertifiziert. Das heißt, wir haben ein relativ strammes Qualitätsmanagement uns selber auferlegt. Und bei unseren Seminaren und Webinaren ist es so, dass wir auf der einen Seite direkt nach der Veranstaltung eine kleine Evaluation machen, aber dann auch im Nachgang. Und im Nachgang heißt bei den Seminaren, dass wir dann irgendwie, ich sage mal, drei Wochen bis drei Monate nach der Veranstaltung nochmal hinterher telefonieren und da dann fragen, konnte das Ganze tatsächlich in der täglichen Praxis umgesetzt werden? Und was fehlt denn vielleicht noch, um sicher damit umzugehen? Beziehungsweise, was war denn besonders gut? Damit wir nicht nur quasi evaluieren, was denn tatsächlich nach dem Seminar hängen geblieben ist. Das ist ja meistens ein bisschen mehr als das, was dann tatsächlich auch die Umsetzung in die Arbeitswelt gefunden hat. Okay, wunderbar. Wir haben noch so weitere zwei, drei Fragen, aber wenn ihr mit eurem roten Faden vielleicht erst mal weitergeht, ich habe die im Blick und wenn noch Zeit da ist, können wir die ja im Nachgang so ein bisschen mitnehmen. Gehen noch sehr tief rein, oder gehen ein bisschen tiefer rein in die Frage auch, wie Führungskräfte involviert sind und welche Rolle sie spielen. Aber steuert das bitte selbst ein bisschen. So, ich will jetzt noch ganz kurz, glaube ich, zwei Folien an der Stelle machen und dann würde ich auch wieder abgeben. Natürlich haben wir neben den ganzen Präsenzschulungsräumen, die ich jetzt vorgestellt habe, auch das Ganze in der Online-Welt. Wir haben eine globale Lernplattform eingeführt, die wir sowohl nutzen, um den ganzen Content für unsere eigenen Mitarbeiter auszuspielen, als auch für all unsere Kunden. Und diese Lernplattform ist seamless eingebunden in die, ich sage mal, klassischen Kanäle, die wir sonst noch nutzen. Also wir haben bei uns im Unternehmen eine Mitarbeiter-App, die dafür genutzt wird, Informationen zu teilen. Und aus dieser App kann ich seamless ohne weiteren Login wieder in die Lernplattform springen und auch wieder zurück. So kann ich natürlich relativ gut Informationen anteasern und sie dann im Lernraum vertiefen. Während wir das auf der gleichen Seite oder im gleichen Konzept auch für unsere Kunden haben. Es gibt eine Digitalanwendung, die bei uns VitoGuide heißt. Und von dieser, die täglich von unseren Heizungsbauern genutzt wird, kann ich auch direkt in den Lernraum abspringen und finde dort weitergehende Informationen zu unseren Produkten. Also das heißt, da haben wir versucht, Lernen in einen Kontext zu stellen, der auch was mit der Lebenswelt des täglichen Arbeiten und Lebens zu tun hat. Das hat gut geklappt und dementsprechend ist dieser Lernraum auch so wichtig in der Gesamtarchitektur. Wie sieht er aus? Einfach nur ganz kurz den Eindruck zu geben. Das ist der klassische Katalog, den wir hier zweimal abgebildet haben. Der Hintergrund, die Lernplattform ist in beiden Ansichten die gleiche. Das eine ist halt mal eher eine, ich sage mal, technische Darstellung, wo ich schnell etwas finde. Und auf der anderen Seite habe ich dann eher eine Netflix-anmutende Darstellung, die dann im Prinzip eine ganz andere Emotionalität bereitstellt, was im Hintergrund liegt, ist aber die gleiche Lernplattform und der gleiche Prozess, sowohl für unsere Mitarbeiter als auch für unsere Marktpartner, die dort alle Lernformate dann im Prinzip bereitstellt. Wir haben ja gesagt, Lernen braucht Zeit und Raum. Jetzt haben wir eine Vertrauenslernzeit zur Verfügung gestellt, haben aber gemerkt, unser übliches Office-Setting mit Großraumbüros, das macht das Lernen nicht unbedingt einfacher. Und da hat sich in den letzten Jahren seit dem Mukathon auch getrieben von anderen Abteilungen, das ist jetzt keine reine Akademieleistung, unendlich viel getan. Wir haben jede Menge Rückzugsräume und Sitzecken zum Beispiel in den Coffee-Corners bekommen. Oder Ecken in Fluren, die vorher nicht genutzt wurden, wurden in, jetzt weiß ich nicht, was die Mehrzahl von Atrium ist, wurden in hier zum Beispiel ein Atrium umgewandelt. Oder Messe-Exponate, die wir nach der Messe nicht verschrottet haben, sondern auch an freien Plätzen aufgestellt haben, damit die Leute mal einen ungewöhnlichen Platz haben, um sich niederzulassen und auch mal unter anderem zu lernen. Ja, in der Kantine sind auch Rückzugsräume am Entstehen und diese Schwiegermüttersitze, wo man auch in kleineren Gruppen mal in Austausch gehen kann und sich auch kleine Netzwerke treffen können. Und was ich in den letzten sieben Wochen besonders zu schätzen gelernt habe, ist, dass wir die gesamte Infrastruktur, die wir hier im Hause zur Verfügung haben, abgesehen von den Räumen, auch mit nach Hause nehmen können. Das heißt, der Zugang zu den Inhalten ist zu Hause genauso gewährleistet wie in der Firma. Und wir haben auch noch Empfehlungslisten für Audiobücher, sodass man noch nicht mal die letzten Minuten im Auto den Lerninhalten entfliehen kann. Zum Resümee, wir haben ein wirklich sehr umfassendes Angebot an formalen Lernräumen, an Präsenzschulungen, an digitalen und mobilen Lernangeboten, die auch wirklich fast schon barrierefrei nutzbar sind und an sogenannten Third Spaces, wo ich auch mal mich außerhalb der Familie und der Arbeitsumgebung gut aufhalten kann. Das einzige Problem, es ist hauptsächlich für unsere Mitarbeiter zugänglich. Unsere Marktpartner müssen schon zu uns kommen, um das zu nutzen. Und wir haben ja gesagt, 30.000 kommen im Jahr, davon sind 20.000 Marktpartner ins Infocenter. Wir haben aber fast 400.000 Heizungsbauer in Deutschland. Das heißt, für unsere Marktpartner ist vieles davon nicht zugänglich. Und deswegen kommt jetzt der eigentliche Perspektivwechsel. Unsere Hauptgruppe sind ja unsere Marktpartner, mehr als zwei Drittel. Die Unternehmer, die Firmeneigner und deren Angestellten. Und unsere Marktpartner haben teilweise die gleichen Bedürfnisse wie wir, aber teilweise auch ganz andere. Wer ist das? Es sind 48.000 Unternehmen aus dem Sanitär-, Heizungs- und Klimageschäft plus nochmal die Elektriker. Das sind knapp 400.000 Mitarbeiter in Deutschland. Und das heißt, die durchschnittliche Firma ist eben nicht so groß wie Fisman, ist kein großes DAX-Unternehmen, sondern hat im Schnitt sieben Mitarbeiter. Und jetzt löse ich so ein bisschen auf an der Stelle, warum wir denn heute Morgen schon die Frage gestellt haben, wie denn so der typische Handwerker in eurer Vorstellung aussieht oder welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Also wenn wir von diesen 375.000 Mitarbeitern sprechen, die wir potenziell als Akademie erreichen könnten, dann brauchen wir natürlich da auch irgendwie eine Vorstellung oder einen Stereotyp. Wie sehen die denn eigentlich aus? Was machen die denn? Wie sieht denn deren Arbeitsalltag aus? Und ich will einfach mal so vier Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, die aus dem Telegram oder aus Twitter rauskamen, was immer wieder genannt worden sind, der typische Handwerker scheint ein Frühaufsteher zu sein. Also das heißt, das kann durchaus sein, dass der um 7 Uhr, 7.30 Uhr zu Hause beim Endverwender aufschlägt und eine Heizung reparieren will. Okay, heißt für uns, naja, frühmorgens lernen, naja, vielleicht, Fragezeichen, kann man noch diskutieren. Was auch immer wieder genannt worden ist aus der Community, ist der schnell wieder weg Mensch. Also das heißt, wenn der etwas gemacht hat, hat er meine Heizung repariert, hat er Wasser aufgefüllt oder was auch immer, dann ist der danach auch wieder ratzig-fatzig weg und läuft quasi zum nächsten Auftrag. Was genannt worden ist, ist schnell generell. Also scheinbar sind viele gute Erfahrungen mit den Handwerkern gemacht worden. Also wenn ich ein Problem habe, ist der schnell wieder da und hat hoffentlich auch schnell das Problem gelöst. Und er wird als sehr, sehr zuverlässig wahrgenommen. Zumindest waren das die Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Das Ganze werde ich aber im Laufe der Woche noch mal ein bisschen verdichten. Also wenn ihr da noch mehr Informationen uns geben wollt, hilft uns das sicherlich. Sehr zu unserer Freude, fast ausschließlich positive Assoziationen mit dem Wort Handwerker. Und das war zu Zeiten, als meine Eltern gebaut haben, schon noch anders. Da war allerdings auch der Bierkonsum, ich würde sagen, zwei Größenordnungen höher. Ja, die speziellen Anforderungen an unsere Kundschaft. Früher haben die reine Produkte verkauft. Und wenn ich von früher rede, rede ich von, ich würde mal sagen, 20 oder 15 Jahren vor heute. Also noch im Jahr 2000 waren das reine Produktverkäufer. Heute sollen die verkaufen, vernetzte Systeme aus Produkten, aus digitalen Tools, mit denen ich das Ganze bedienen und warten kann. Und aus digitalen Mehrwertdiensten, wo sie für ihre Kunden und sich noch einen Mehrwert schaffen können. Wie zum Beispiel eine Stromcommunity, wie zum Beispiel Versicherungsdienstleistungen, die lebenslange Garantien und, und, und. Das sind also komplett integrierte Lösungen, inklusive Netzanbindungen und verschiedene Datenprotokolle. Und es geht weiter. In nicht allzu von der Zukunft, die ersten Beispiele gibt es in jedem Land jetzt schon als Musterhaus, sind es integrierte Energie- und Gebäudelösungen. Und wenn ich da nur der Handwerker bin, der diese eine Kiste im Keller anbringt, dann habe ich, glaube ich, ein echtes Problem, mich in dieser Branche noch weiter zu behaupten. Und diese, diese Ebenen, das Ganze, also das, die Produkte, Systeme aus Produkten, die Konnektivität, also die Verbindung in Plattformen und Internet, digitale Services und die Dienstleistungen, diese vier Stufen, in diesen vier Stufen führen sich unsere Handwerker hauptsächlich in der unteren Stufe wohl. Deren Komfortzone ist immer noch im Produkt oder beginnt dann auch schon bei Systemen von Produkten. Wenn es zu komplex wird, beginnt dann auch schon die Wachstumszone. Aber fast alle unserer Kunden sind in der Breite, wenn es um die Netzwerke, um die digitalen Leistungen geht, ganz deutlich in einer Wachstumszone und nicht mehr in einer Komfortzone. Das wird einfach dadurch noch schlimmer, dass momentan die Umsätze noch sehr gut sind und der unmittelbare Druck, sich weiterzuentwickeln, auch gering ist. So, und jetzt reden wir nochmal über Corporate Learning im Handwerk. Wie schaffen wir da einen Nährboden für autonome Lerner? Wir haben im Schnitt sieben Angestellte. Da kann man sich mal überlegen, gibt es da einen Schulungsraum? Gibt es da Firmencomputer? Maximal für den, der die Bestellungen macht. Firmenhandys werden immer häufiger, aber aus Kostengründen dann auch nicht immer mit der dicksten Flatrate belegt und eine dedizierte Lernzeit und dedizierte Lernräume gibt es normalerweise auch nicht. Wir haben in letzter Zeit wieder Interviews gemacht wegen der Webinare und weil wir haben festgestellt, dass hauptsächlich die Chefs daran teilnehmen und haben das Feedback bekommen. Naja, er hat einen seiner Mitarbeiter gebeten, das Regelungswebinar mitzumachen und der Mitarbeiter hat gesagt, ja, ich war um zehn beim Kunden, aber du glaubst davon nicht, dass der das akzeptiert hätte, dass ich für anderthalb Stunden mein Handy auspacke und Webinar mache. Das heißt, die Erreichbarkeit unserer Handwerker für solche Schulungen ist, solange der Chef ihnen keine Zeit freistellt, relativ schlecht. Da haben es unsere Mitarbeiter schon besser. Das waren die äußeren Bedingungen. Jetzt kommen auch hier wieder Personaentwicklungen. Wir hatten fünf Persona für Unternehmer und sechs Persona für deren Angestellten entwickelt. Und ich gehe jetzt nicht durch alles durch, aber wenn man mal sieht, da gibt es bei zehn Prozent jemand, der arbeitet sich gerne in neue Dinge ein, ist aber ein Follower und nimmt Neuerungen jetzt spät an. Es gibt einen, der ist müde oder zwei gibt es sogar, die sind müde, haben wenig Interesse oder gar kein Interesse mehr an Weiterbildung. Das sind Leute, deren Geschäft in so eine Stagnation gekommen ist und die jetzt so in die Übergabe an die nächste Generation hinarbeiten. Es gibt welche, die sind generell offen für Neues, haben aber keine Zeit, sich auch wirklich weiterzubilden. Das heißt, man sieht schon, es ist in der Wahrnehmung der Leute, aber auch, in dem Denken der Unternehmer, eine sehr bodenständige, relativ konservative Gemeinschaft an Menschen. Und das setzt sich bei deren Angestellten und den Monteuren weiter fort. Wir haben die 15 Prozent hier zum Beispiel, die sehr lernaffin sind, die Technik verstehen wollen, aktiv an Weiterbildungen teilnehmen und in sozialen Netzwerken. Das ist das, was zu meinem Ideal an einem selbstgesteuerten Lerner im Handwerk sehr nahe kommt. Aber das sind leider nur 15 Prozent. Der Rest hat mal eine hohe Lernbereitschaft, weil er den Anschluss behalten will, will aber, dass das alles in der Arbeitszeit passiert. Der Nächste hat eine begrenzte Lernbereitschaft, eine passive Lernhaltung. Manche lassen sich zwar zu Weiterbildungen schicken, haben aber dann keine Pläne zu einem konsistenten Lernaufbau. Also hier ist das Bild etwas versplitterter, aber man sieht schon, wenn man das mal zusammenfasst auf dieser Tabelle, es korreliert dann doch ganz gut mit unseren Mitarbeitern. Wobei man sagen muss, es ist doch noch eine deutlich ausgeprägtere Präferenz für formales Lernen und Präsenzformate da. Warum? Weil die meisten noch nichts anderes erlebt haben. Also das ist manchmal gar nicht das Wollen, sondern einfach das Nicht-Kennen. Und unsere Herausforderung bei der Weiterbildung dieser Leute, die ja nicht auf unserer Payroll stehen, sondern die wir noch dazu locken müssen, bei uns Weiterbildungen zu machen, ist, dass 75 bis 80 Prozent, je nachdem, ob Eigentümer oder Monteure, passiv Grundeinstellungen haben zur Weiterbildung und ein sehr traditionelles Lernbild. Und da bieten wir eine Menge an von unseren Seminar Besuchsformate, Webinare, E-Learnings und User geschaffenen Content unserer Fachabteilungen für die Kunden. Wir haben eine Menge Präsenzangebote für die Kunden bis hin zu Barcamps. Das sind wirklich Kundenveranstaltungen, wo 60 Partnervertreter, also Partnervertreter von Partnerfirmen hier sind, sechs Referenten parallel Veranstaltungen anbieten und die Teilnehmer ihrer Lernreise selbst bestimmen können. Die können sogar selbst bestimmen, ob sie diskutieren wollen oder lieber ein Update haben wollen. Und im Bereich Erfahrungslernen haben wir Camps eingeführt, wo Azubis oder Gesellen, die jung in den Beruf eingestiegen sind, sich eine Woche lang in einem sehr unterhaltsamen Setting auch mit der Branche auseinandersetzen können. Ja, nichtsdestotrotz bleibt die Gesamtherausforderung, dass wir, damit die Leute, die Online- und Offline-Angebote nutzen, wir sie erst mal zu uns holen müssen. Und das, obwohl sie im Alltag keine traditionellen Lernräume verfügbar haben, keine Lernzeit, in die Nutzung von Online-Lernformaten von jemand eingearbeitet werden. Das heißt, das muss vom Gucken von YouTube-Videos so langsam aufwärts wachsen. Das Lernen meistens als Arbeitszeit sehen, weil, ja, alle haben gesagt, Handwerker kommen sehr oft früh. Aber man kann sich vorstellen, wenn jemand schon um halb acht bei mir vor der Tür steht, eine halbe Stunde Auto gefahren ist, der hat um 17 Uhr wahrscheinlich nur noch bedingt Lust, sich im E-Learning oder im Webinar anzutun. Ja, und noch ein Problem ist, wir erreichen momentan noch nicht alle der Handwerker, weil unsere Kommunikation zu den Firmen hinaus ja erst mal nur den Chef erreicht und dann davon abhängt, ob der Chef das an seine Mitarbeiter weitergibt. Das heißt, da ist auch noch ein gewisser Dirigismus von den Chefs, der zwischen einem selbst gesteuerten Lerner und uns steht. Und deswegen die Aufgabe für diese Woche, die Diskussion, die wir gerne diese Woche mit euch führen würden, in einem Block Nummer eins, wie müssen denn Lernangebote und Lernräume für Handwerker überhaupt gestaltet sein, damit diese sie annehmen? Und Nummer zwei, wie motivieren wir sie dann dazu, diese Angebote zu nutzen? Das heißt, wie erreichen wir sie, wie motivieren wir sie, die zu nutzen? Und wo ist die Mehrwertargumentation für die Leute? Und vielleicht als Experiment auch noch mal in Slido. Ich habe gesehen, viele sind jetzt aufgrund der Vielzahl der Tools dann doch etwas verwirrt, wo die Diskussion läuft. Auch unter MOOCamp würden wir gerne über die Woche auch mal diskutieren, was macht denn einen Raum zu einem Lernraum? Weil wir haben dieses MOOCamp jetzt ein bisschen verfolgt und alle reden über Lernräume. Steffen und ich haben allerdings schon festgestellt, dass er da einen sehr viel weiter, ja, weitergefassten Begriff von hat als ich. Ja, Ausblick. Morgen wollen wir euch unter dem Thema der Köder muss dem Fisch schmecken, mal so ein kleines Modell zeigen, wie wir denken, dass wir die Nicht-Lerner anregen können, unser Programm zunehmend zu nutzen. Da sind wir auf Anregungen in der Diskussion richtig gespannt. Mittwoch werden wir zwei Beispiele bringen für erfahrungsbasiertes Lernen. Am Donnerstag würden wir gerne diskutieren, bei all diesen neuen Formaten, Lernräumen, Angeboten, was brauchen denn unsere Trainer für neue oder auch für alte Fähigkeiten und auch das Backoffice. Das heißt, wie müssen wir als Bildungsstätte uns ändern, damit wir diesen Herausforderungen gewachsen sind, nennen wir unsere Handwerker. Und am Freitag würden wir gerne unter dem Titel der Lernraum und endliche Weiden das Ganze zusammenfassen. Und jetzt freuen wir uns auf die Diskussion. Herzlichen Dank, Stefan. Ich greife mal direkt den Punkt auf. Ich habe so ein kleines Fragezeichen bei. Hattet ihr eine Frage für den Montag, für den heutigen Tag auch? Ja, die Handwerker. War das der erste Blog? Also diese Seite, die vor der Wochenübersicht zu sehen war? Ich teile gerade mein Bildschirm. Jetzt sollte was kommen. Genau, perfekt. Wir haben heute für den für den heutigen Tag haben wir gesagt, okay, wir fangen mal eigentlich mal mit einer grundlegenden Frage für alle an. Egal, ob das Kundenweiterbildung ist oder für die meisten, die ja dann eher in der Mitarbeiterweiterbildung unterwegs sein werden. Was macht denn eigentlich einen Raum zu einem Lernraum? Also da geht es eigentlich uns erstmal darum zu sagen, naja, jeder hat irgendwie diesen Begriff von Raum im Kopf, egal, ob der vier Wände hat oder ob das ein virtueller Raum ist. Aber ja, wie schaffe ich es denn eigentlich, dass das Ganze ein Lernraum wird? Und auf der einen Seite, was kann ich als Person da machen, damit es ein Lernraum wird? Aber auch, was kann ich denn als Organisator beeinflussen, dass das Ganze ein Lernraum wird? Und so erstmal aufmachen, quasi eine Diskussion von Lernräumen. Die beiden Blogs, die Stefan gerade angesprochen hat, die werden wir jetzt dann quasi über die über die Co-Learn-Seite dann anstoßen und die werden uns dann quasi die ganze Woche über begleiten. Okay, wunderbar. Also da gibt es noch einen Blogbeitrag oder Blogartikel, wo man dann seine Antwort in das Kommentarfeld oder in einen weiteren Link eingeben kann. Genau. Okay, Dankeschön. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr auch, damit wir da den zeitlichen Rahmen nicht überziehen. Es gab jetzt eine ganze Reihe von Fragen im Chat, aber zum Teil sehr spezielle und sehr eigene, abgeschlossene Fragestellungen nochmal. Da würde ich euch bitten, einfach im Nachgang mal drauf zu schauen, ob es da den einen oder anderen Ball gibt, den ihr nochmal aufnehmen wolltet. Es gab natürlich die wiederkehrende Frage nach, welche Lernplattform nutzt ihr, wenn ihr mögt, da vielleicht eine kurze schnelle Antwort. Genau, wir nutzen Avendu als Lernplattform. Okay, Dankeschön. Er schlägt gleich 15 Fragen, glaube ich. Dann auch nochmal so eine übergreifende Frage, aber da lohnt sich vielleicht nochmal ein Satz. Welchen Einfluss habt ihr genau auf die End-End-End-End-Kunde, also auf den Heizungsbauer? Das sind ja keine Mitarbeiter, da gibt es ja keine Weisungsbefugnis im klassischen Sinne, also um da vielleicht die Fantasie nicht in der falschen Richtung loslaufen zu lassen. Welche Möglichkeiten der Einflussnahme habt ihr? Wir haben sehr geringe Möglichkeiten der Einflussnahme. Es gibt einzelne Lehrgänge, wo wir sagen, er darf die Geräte nur selbst in Betrieb nehmen, wenn er bei uns zertifiziert, wenn die Firma bei uns zertifiziert ist, dann darf diese Firma die Geräte selbstständig in Betrieb nehmen. Das gibt es nur bei einigen Produkten, weil das ist natürlich ein Verkaufshemmnis. Ansonsten ist es so, dass, wie gesagt, der Köder muss dem Fisch schmecken. Wir müssen im Prinzip die Firmen-Eigner davon überzeugen, dass es besser ist, ihren Mitarbeiter einen Tag zu uns zu schicken oder zwei als ein oder zwei Tage Umsatz machen zu lassen. Und das ist für die Leute natürlich ein großer Umsatzausfall. Das kostet ja nicht nur die Fahrtkosten, sondern eben diese zwei Arbeitstage, halber Tag Anfahrt, ein Tag Seminar, halber Tag Rückfahrt. Das ist schon Investment. Er hat mehrere Hersteller. Das heißt, jeder Mitarbeiter von den Firmen geht im Schnitt einmal im Jahr auf eine Weiterbildung. Das ist schon Investment. Und da buhlen wir natürlich mit unseren Wettbewerbern und den anderen Anbietern aus unserer Branche um die Plätze in den Seminaren. Deswegen auch der Versuch, die Leute elektronisch zu kriegen. Und hier noch die Frage, wie kriegen wir die in die E-Learnings rein? Bei uns hat jeder Kunde einen Single Sign-On. Das wird gerade ausgerollt. Und damit können sie sich für alle Tools mit ihrer jeweiligen Rolle anmelden, auch fürs Lernen. Das heißt, alle unsere Kunden haben im Moment entweder einen Zugang zur alten Plattform oder zur neuen schon. Aber das könnte schon, Stefan, wenn ich kurz den Ball aufnehmen darf, jeder Kunde hat einen eigenen Account oder Zugriff. Das kann dann schon sein, der Account des Chefs. Das heißt nicht, ein Account für alle Mitarbeiter dieses Heizungsbaus. Der Chef kann seinen Mitarbeitern einen geben, muss aber nicht. Und das ist einfach auch so eine Sache an einem Namen an. Dankeschön. Da sind wir so mittendrin eigentlich in der Problemstellung. Das ist ja auch im Chat so ein roter Faden durch einige der Anmerkungen in den letzten Minuten. Ein Nadelöhr sind ganz sicher die Chefs beziehungsweise Führungskräfte oder Eigentümer, die eure direkten Ansprechpartner sind und die Mitarbeiter, die sind im Prinzip nachgelagert, hängen da so ein bisschen dran. Okay, wunderbar. Aber es gibt ähnlich wie im Mitarbeiterbereich in Firmen, auch in Handwerksfirmen durchaus Mitarbeiter, die ihrem Chef sagen, Chef, ich würde das gerne lernen, schick mich doch mal. Also auch das muss man sagen, wir können auch Mitarbeiter motivieren und wenn die zwei, dreimal ein super Erlebnis hatten bei so einer Weiterbildungsstätte, dann ist das auch beim Chef deutlich positiver besetzt, als wenn es nur Geld gekostet hat. Dankeschön, ich wollte gerne noch so ein, zwei Minuten kleinen Blog oder kleinen Hinweis auf die Barcamp-Sessions noch loswerden, jetzt schaue ich gerade mal, ob es noch Fragen gibt oder vielleicht schaut ihr selbst auch nochmal links und rechts in den beiden Chats, ob es Dinge gibt, die jetzt so ein bisschen auch handlungskritisch sind, also mit dem nächsten Arbeitsschritt zu tun haben oder eine Frage, die ihr vielleicht schnell nochmal aufnehmen wollt. Ja, hier, ich sehe die Bereitschaft aus, nicht fachliche Themen zu lernen. Raus aus der Komfortzone kann nicht nur fachlich vermittelt werden, ist komplett wahr, deswegen gehen wir ja auch auf diese Erfahrungsformate. Alle, die bis jetzt dabei waren, haben in höchsten Tönen geschwärmt, die Chefs davon auch, aber bis da das Wort natürlich durch so eine große Branche durchgeht, dauert auch einen Moment, aber wir sind schon die ganze Zeit dabei, auch unsere Seminartrainings so zu machen, dass sie interaktiv sind und nicht allein nur Frontal-Teaching. Ja, ich hoffe, das beantwortet es etwas. Ja, also an der Stelle schon mal herzlichen Dank. Es gibt noch, denke ich, eine ganze Reihe von Fragen jetzt in den beiden Chats, die werden wir versuchen, so ein bisschen mitzunehmen und ich denke, auch punktuell zu beantworten, da wo sie so ein bisschen auch in unseren großen Rahmen reinpassen und beantwortet werden können. Die Aufgaben für die nächsten Stunden und Tage haben wir von euch bekommen, von daher rufe ich euch schon mal ein herzliches Dankeschön zu. Wir bleiben ja in Kontakt auf den genannten Kanälen und Plattformen, sprechen uns spätestens am Freitag wieder. Gucken noch mal hier so in die Runde, genau, herzlichen Dank. und daran anschließend auch noch mal, was den Freitag angeht, so einen kleinen Hinweis von mir, wir hatten ja schon in den letzten beiden Wochen die Idee angestoßen, jeweils selbst organisiert nach der Stunde, die wir zum Abschluss der jeweiligen Woche mit den Partnern machen, das Spielfeld zu eröffnen für eine Barcamp-Session, also wo die Teilnehmer, wo ihr selbst organisiert Sessions anbieten könnt. Wir haben auch das entsprechende Dokument verlinkt, also wenn ihr auf die Quick-Links geht, dann bitte einfach mal dort nachschauen, es stehen schon drei Sessions für den Freitag da, also von 14 bis 15 Uhr, da war jetzt eine kleine Kurve nach unten, also letzte Woche war das Angebot so ein bisschen eingeschlafen, von daher hier noch mal so die Erinnerung daran, wenn ihr Themen habt, die sich entweder aus der Woche ergeben, oder die im Laufe der Woche bei euch aufpoppen, dann nutzt diese Chance, tragt euch ein, schaut, dass da ein paar Gleichgesinnte zusammenkommen und dann haben wir das auch so als Plattform, als Format so mit Leben gefüllt. Also wie gesagt, das noch mal kurz die Erinnerung an diese kleine Ergänzung unserer klassischen Abschluss Sessions in der jeweiligen Woche. Ich werde den Link sicher noch ein paar Mal posten jetzt im Laufe der Woche und die Erinnerung daran, ansonsten spätestens auch am Freitag um 13 Uhr noch mal daran erinnern, für die, die vielleicht dann noch spontan Lust und Gelegenheit haben, diesen Ball aufzunehmen. So, jetzt gucke ich mal in die Runde. Ich glaube, ich hoffe mal, dass alle soweit zufrieden und mit ersten Impulsen und Informationen versehen sind. Ja, vielleicht von unserer Seite noch mal das Angebot. Wenn einige Fragen nicht beantwortet waren, geht einfach in den Blog und stellt sie. Wir werden die nächsten Tage immer wieder in den Blog gehen. Wir haben uns Freitag auch den ganzen Tag freigenommen, um das Ganze noch mal zusammenzufassen. Da haben wir immer wieder Möglichkeiten, euch Fragen zu beantworten, die sonst freitags auch wieder im Blog hinten runterfallen. Dankeschön für diese Schlussworte, Stefan. Ruf dann einfach mal eine schöne Woche in die Runde. Ja, schöne Woche an euch allen. Danke auch an Stefan und Steffen. Hier ist es gar nicht mehr zu sehen, aber ich vermute, er sitzt daneben. Ja, sehr schön. Danke und bis dann. Tschüss.